Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subsistence mit mit dem Kabin und, ja, äh, ich hab grad so überlegt, äh, und ich bin zu dem Beschluss gekommen, äh, Jagen fällt heute aus, wegen ist nicht. Ich hab nämlich keine Munition, immer noch nicht. So, und wie das Wetter aussehen tut, ich hoffe, dass es nicht umschlagen tut. Ich würde nämlich unseren alten Gang machen und hoffen, dass ich da noch ein bisschen Stuff kriege. Und wenn ich mich das Wetter jetzt umschlagen tue, brauche ich erst ja nicht loslaufen, weil ihr kenntet ja, Nahrungsverschleiß extremo. Minus 6 Grad, das ist doch schon wieder so kacke. Ach man. Entschuldigung. Hey. Heute hebtet keinen falschen Hasen, ihr tippt Totenhasen. Aber echt, das ist doch kacke. Ich will los, und Spiel sagt sich, nö, bleib mal hier. Also sagt es sich nicht, aber könnte man denken. Reng, ding, 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 ding. Ja, ja. Gut, dann mach ich hier ein bisschen Holz. Vielleicht schlägt ja der Vater, Vater. Und der zählt um. Und dann, wie gesagt, da war die Köln. Wenn ja, dann muss ich warten, bis ich das Holzweg habe. Jetzt ist es okay. So, wenn ich jetzt, wie gesagt, auch noch Mineralwasser hätte, dann hätte ich jetzt uns einen schönen Tick kredenzen können. Einen schönen Hockey-Buttentee. Der ist nicht nur warm, der ist auch gesund. Ja, ich will mal deine Nuggets zu. Da ist ein Kacker. Im Ofen drin. Da kenn ich nischt. Ich nehme keine Rucksäcke mehr. Rücksicht mehr auf Wolf oder so. Hauptsache, das ist gut. Und, das reicht nicht. Rinder und denn. Ditte Rinde wollte ich eigentlich für unterwegs nehmen. Naja. Naja. Ich sag mal, nee. Kartoffeln? Yes. Yes. Oh, so was von. Boah, die wären so gut dahin. Mh. Wenn hier los. Gut, Karottenfett erstmal aus wegen des Nimmels. Rücksicht Obst darin. Obst. Kartoffeln, Obst. Alles frisch. Karotten, nee. Karotten nicht, wa? Ich sag mal. Tomaten. Tomaten ist gut. Zwiebeln. Zwiebeln bräuchte ich auch. Ja, der Dumme ist, wie ihr sagt. Ja, okay. Wie ihr sagt, ich könnte die Tomaten und so befretten nehmen. Der Rest kommt darin. Ich brauch doch mehr Beete. Beete darum, dass er mehr Beete macht. Warum eigentlich nicht? Jetzt sollte das durchaus möglich sein. Ich hab ja eh nix. Ich brauch mehr Platz. Was ist denn das? Da lukt doch was durch. Das ist ein Feigenblatt. Äh. Ja. Feigenblatt? Whatever. Danke. Danke, Pflanze, Mensch. Knarzt, knarzt. Knarzt, knarzt, knarzt. Ich baue nämlich gleich Feiler. Ach, ja. Gut, aber wie ihr sagt, hier vorne werde ich die Baumwollnähe zusammen kreieren. Nur weit komm ich auch nicht. Da komm ich rinnen und äh, da komm ich rinnen und gehe ich raus. Aber die Türen lasse ich offen. Naja. Autsch. Ah. Knie. Stoßen. Tisch. Aua. Herz. Ich glaube, das gibt gleich Hühnchen. Gut, ich mag das, dass es windig ist wegen Strom. Was ich nicht mag, ist im Teil, dass ich hier mit voller Montur nicht mal 2 Meter laufen kann und gleich hier aufrühre. Das ist nicht logisch. Bei minus 6 Grad. Das hat das mit Absicht gemacht. Ich hab das gesehen. Egehaftet. Ruhn. Nicht nochmal, Junge. Nicht nochmal. So geht's nicht. Alter, und jetzt wird es doch schlimmer. Minus 7 Grad. Hallo, Spiel. Ich gehe aus Haus liegen wollen. Und wenn es bloß virtuell ist. Spiel mal hier ein bisschen mit. Ein bisschen Windschutten? Sieht das Spiel hier so mit? Nope. In diesem Spiel gibt es kein Windschutten. Schade. Ich habe schon wieder die Namen reisen. Los Survival oder so? Jene Ahnung. Da konntest du dir zwischen Felsritzen stellen und dann ist sie nicht abhohren. Verliere Leben und kriege Leben, will er. Ich habe gerade gesehen. Da nehme ich Minus und dann habe ich mal Plus gekriegt. Nee, ich bin Idiot. Sorry, Korrektur. Ich habe auf Ausdruck. Ich bin auf Lebensenergie. Warum bin ich mir so weit weg? Das ist doch gut. Ich gehe doch schon nach Hause. Gut. Ich nehme alle zurück. Winter ist kacke. Es ist noch gut. Es ist noch gut. Es ist knusprig. Ich mag knusprig. Komm. Das habe ich ganz vergessen. Jo, dann ist es doch falscher Hase. Nee, falscher Hase ist auch falsch. Das ist ja der richtige Hase. Nur sehr, 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 sehr gut durch. Extra knusprig. Genau. Extra knusprig war das eben. Das war quasi eine... Okay. Ich wollte das ausprobieren. Hier, äh... Ich änderte hier chinesische Enze. Dann machst du auch so eine Glasur rüber. Zuckermäßig so. Halbe Tonne Zuckerhof und dann... Das ist ein Schwung. Und das habe ich gerade mit einem... Handeln. Deswegen sadelt sie auch. Tut mir zwar keine Sau, aber hey. Das ist so. Einmal, was verhessen. Da unten. Einmal? Einmal? Okay, zweimal oder dreimal. Wer ohne Fehler ist, möge den ersten steigenden... Nee, ich lasse den. Es ist schon fertig, ist es schon fertig, jest schon fertig, ist schon fertig. Oh, nö, das dauert zu lange. Ich mag ihn, Fisch. Ab heute. Ich mag Fisch. Ich mag so ja, Fisch. Sehr, sehr gern. Ja, okay, kommt drüber an, was für Fisch ist. Und, es muss viele hier sein. Ich hasse Gräten. Wie die Pest. Ich kenn das von meinem Vater, der hat Wissen, die denn? Ich glaube, das hieß Sprotten oder so. Also wirklich, das kannst du wirklich sagen, das ist so ein alter Terner gerichtet. Es sind Fische geräuchert. Da ist die Gräte noch drin. Und, Alter, der hat das hier essen. Oh, Alter, da käuseln sich gerade meine Zähne hier hoch. Oh, das ist immer abartig gewesen. Ich konnte mir das auch nicht angucken. Aber ich teile so eine älteren Leute im bestimmten Jahrgang, die haben das hier futtert, ne? Ja, okay, was heißt? Es gibt ja Leute, die das immer noch essen. So ist das nicht. Ich kann nicht. Aber dafür ist ich auch, äh, Rollmops. Ist auch nicht jeder. Oder manche essen auch keine Silze. Ich esse Silze. Bin ihm da drauf gekommen, ne? Ach, essen. Ich esse eigentlich fast alle. Kennt ihr das? Als Kind habe ich auch kein, äh, also ich war so, als Kind habe ich auch kein Fett hier essen. Überhaupt nicht. Noch nicht mal ein Kotelett. Und er hat uns damals nicht interessiert, ob das, äh, Geschmacks über Träger sind oder so. Er hat wie ein Kind nicht interessiert. Jetzt? Da ist ich so, ja, Eisbein. Mit Sparte obendran. Wenn das knusprig ist. Ich mag das auch, wenn das kurz eingekocht ist. Also, das ist dann eben halt. Manche würden jetzt sagen, äh, das ist abartig, das ist dann so wie Glischkuchen. Mensch. Ich mag das. Das schmeckt irgendwie. Und das habe ich als Kind überhaupt nicht gegessen. Ich muss mir das Rind zwingen. Aber die viele Sachen, die ich jetzt esse, die ich als Kind nicht gegessen habe. Es gibt auch viele Sachen, die ich als Kind gegessen habe, die ich jetzt nicht mehr esse. Ich weiß nicht so viele. Das letzte Beispiel ist Schokolade. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Schokolade esse. Nur, es gibt bei mir Zeiten, also da bade ich drinnen und dann kicke ich es dann danach nicht mal mit dem Arsch mehr. Also, das ist immer dieser Heißhundler bis da. Denn, denn aber du. Denn aber richtig. Und denn aber dann eben halt nicht mehr. Geh mal weg. Du bist hier unerwünscht. Eigentlich nicht. Ich brauch dich. Komm zurück. Bitte. Das war nicht so gemeint. Das war ein Versehen. Ich hab aus Versehen mit dem Pfeil auf dich geschossen. War ein Versehen. Tut mir sorry. Kommt nicht mehr vor. Das ist, äh, der ist mit... Hä? Was stimmt mit dir nicht? Gut, das müssen wir ausdiskutieren. Ich lobe dir, Haxpeter. Ich lobe, du spinnst wohl. Mach mal hier keine fiese Matenten. Kommst du in der Kiste. Ja, nicht in der Kiste mal. Wischiwaschi? Jetzt kann ich mir wenigstens nur die zwei Kisten holen. Achso, sein Kumpel. Komm. Und wie gesagt, normalerweise dürfte das Essen jetzt nicht vergammeln. Wie gesagt, das Kaltrosen. Ich bin kalt. Eiskalt. Aber wir haben schon bei der Seeds drinne. Oder da war ne Ausnahme. Ihr kenntet ja. Ausnahmen bestehen in die Regeln. Und ich will jetzt nix sagen mit, äh, Rote Bärte. Denn jeder kennt den Spruch. Oder die meisten. So viel Zeit muss sein. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Hier zu viel Not. Ich glaube, die wollen uns wirklich hier unten verrecken lassen. Versucht immer so einen Kreis. Da. Das nächste. Da. Willabat. Oh, das ist gut. Jetzt aber rin. Das ist Nasenähig. Wenn ich den angreife und den in Rinds wobel. Müsstet eigentlich reichen. Warte mal, das müsste ich mal ausprobieren. Noch haben wir ein bisschen was. Äh. Ich weiß, eigentlich bräuchte ich Mieze Katze, aber ich brauche Mieze Katze. Du darfst unten leben bleiben. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Es ist schade. Schade. Naja. Denn gibt es heute Willabowilf. Wie, was ist denn hier los? Immer noch Dezember. Das ist ja heute schon den ganzen Tag so. Gestern, äh, gestern eine Aufnahme hat das angefangen. Dann hat man eine kurze Unterbrechung. Also, ich habe eine Unterbrechung gemacht. Und seitdem ist durch den Schnee. Gut. Gut, für Strom, aber hey. Also, 1,2 Meter weiter würde ich dann doch schon laufen. Immer stick. Ich warte. Wir haben Zeit. Komm. Ich hatte hier noch was. Warum klappt er denn jetzt hinter das hier diese Filme, wo es versuchen, über Bett zu springen und bleiben mit dem Zeh hängen und erst mal so so gehen sie erst mal lang. Warum kannst du in diesem Spiel nicht? Wird auch besser für mich. wie sieht's denn eigentlich aus mit der Falle? Gut, ich hätte den auch nicht platt gekriegt. Ist ein Dreier. Level ich nehme mal die Hälfte raus. Obwohl ich das eigentlich erziele. Nee, Zwiebel. Nee, ich habe eigentlich alles. Wie gesagt, ich muss das ja bloß einpflanzen. auch wenn ich jetzt mir diese Hitzepakete mache, die halten auch bloß von jetzt auf nachher. Ach, ist doch alles moogs. Wo ist das so hart? so oder so mal will er was herstellen. Oh. Oh. Naja, zum Gibt es wie Fische haben wir ja gefangen gehabt. Aber ich sollte auch nebenbei auch ebenso ähnlich wie Antidots herstellen. Nächstes Mal. Könnte durchaus wichtig sehen. It hat doch nicht. It ist immer noch muss gerade aber ist nicht mehr so schlimm. Ja, komm, unterwegs. Ihr seid solltet ziehen kann ich immer noch zurück. Erstmal weg hier. Solange es hier anhalten tut, muss ich das ausnutzen. flieh! Flieh! Ars! So. Ich muss jede Sekunde hier nutzen. Er rennt mit uns. Er ist voll mit uns. Ich angele dich. Ich angele dich. geben. Ich hier sehen. Ein kleiner? bei den hätte ich jetzt nicht gesehen. Aber ist auch schon mal gut, dass ich die Angel villa mit habe. Keine Ahnung wieso. verstopft geladet Inventar. Wer bist denn du? Du bist doch schon wieder Nitrat. Ach nee Kalium Sulfat whatever Gegenstück bei Seven Days Ja sah doch Kalium Erz Kalium Eisen Noch was Leider nicht das was ich haben will Braucht doch Kuppa Für die Kabane Und das andere Zeug Ich brauche den Newton Staff Aber wie sah die Kette jetzt uns dagegen wenn ich Ich habe gedacht ich habe das gehört ja Baumwolle Baumwolle ist das was mir gefehlt hat nicht finde finde so krass also wenn ich mehr finden würde aus ein oder zwei stück was ich noch an Baumwolle brauche ist ja ein schön Fille Also dafür dass du nicht einpflanzen kannst hätten sie so äh müsstest mehr finden nicht viel mehr aber ein bisschen mehr schon jetzt nicht schlecht die schutz in hand falls irgendwas ist dann kann ich mich nicht so verteilen mit dem Bogen der ist auch Pille Palle ist da macht doch schon ein bisschen mehr Respekt hier Eisen was denn du hier was machen du hier was mir überhaupt nie wie gesagt der ist ja schön dicht an den boots da hinten dran ich glaube das ist mir kein Bandit wie gesagt ich will keinen Stress ich habe zwar eine Waffe die ist aber bloß Tarnung in Wahrheit ist eine Gitarre und damit kann ich meistens spielen spielen mit von tot gut aber den hat er schon geschossen den hat da schon rum geballert das wäre krass wie gesagt wenn die sich gegenseitig ballern hey du kommst mir zu nah pum nee tun sie nicht nur gegen mir hier penalty dann was ich den getan habe so da hinten da funzt doch was auf dem stein also es kommt mir wirklich so vor wie gesagt dass im winter in ja pakete unterwegs aber leider nicht das was ich brauche leider nicht das was ich brauche gut ich konnte auch die letzte Zeit nicht so viele finden weil wir waren ja eben halt technischer weise am zuhause gebunden und jetzt haben wir ja gerade mal glück wir haben null grad hat hey jetzt möglich jede richtung wo die kacke finden so wusste wenigsten sind jetzt wie sie mich ja nichts 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 du wohnen du das ist eine kiste die erste na ewigkeiten der kriegt eine krise und einst du hast noch eine kiste und schon will er welche kiste soll ich zuerst nehmen pro nökel für die waffe äh munition schön dahin und das ist nämlich für mir gewesen und mein name druck na gut wir haben auch ziemlich viel zeit zu hause er schwindet na gut vielleicht haben wir ja glück dass morgen eben teilen da sieht das wetter bis morgen halten tut und dann können wir morgen noch mal die tue gehen morgen ist denn alle plan respawn werde auch abspeichern und werde noch mal kurz auslocken weil ich mache erst mal ein kleines häuschen ich brauche kaffee ganz schön die kann ich aus und dann würde ich sagen machen wir zurück bis wir zu hause sind dürfte mich schon wieder dunkel sein das geht hier ziemlich schnell oder beziehungsweise man verhießt hier ziemlich schnell die zeit weiter idiot nimm den finger von der taste ich wollte euch jetzt nicht erschrecken das war aus versehen das passiert mir öfters alter ich hab mir gerade selbst in die hosen gekackt äh gut ich sag mal so ich habe jetzt eh mal schrutze weh oh alter und ich hab noch nicht ich hab doch bloß die tippt also noch nicht mal richtig drauf gewesen ich bin mit dem finger über dem ich bin doch bloß rüber gestriffen alter die maus die ist schon geil ich mag logitech aber das ist äh zu sensibel ich muss mal nachher gucken ob ich das irgendwie einstellen kann alter alter jungen jungen gut wir machen eh gleich eine pause ich brauche erstmal neue pampers und das ist so laut alter alter ich glaube jetzt sind wir alle der will er wach ja 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 keine rostau wieso das nicht mach mal so dass es geht ich bin zwar dauerhaft auf der rand jetzt gerade aber das macht jetzt kein weiter oh künstler ich meine so oh da ist da brennt ein licht blau schuld ich glaube äh wird beantwortet meine frage wo die dudes hin sind ja das sind bloß du das ich kann sagen das ist jetzt eine nächste die sich hin stellen tut und bauen tut auf mein grund und boden das ist eine kiste äh das ist ein level 1 muka hase wie gesagt wenn ich daran denke werde ich das irgendein Teil ein bisschen heller schalten aber allzu viele heller kann ich das auch nicht machen weil das ist nicht so ich habe mich sonst vergrieselt ich bin echt sorry Minushund grad ja da ist unser grünes Haus das ist das einzige was markiert ist hat man auch erkennt dumme jetzt fangen wir an zu frieren jetzt kostet er nämlich auch Nahrung also zum Glück habe ich noch einen Huhn ja ja ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu spielen nun ich habe schon einen Kumpel in der Tasche von dir Alter die Hütte von denen siehst du auch sehr von mir aus die müssen einen Stromverbrauch haben da träume ich doch bloß von und so wie ich das gesehen habe haben die bloß ein Pendel drauf und ein äh Wind Rad und können sowas machen eigentlich sieht nichts von den beiden hier nach Hause aus na gut Leute der Ofen brennt noch kann ich da noch was drin schmeißen hier passt wackelt hat Luft nochmal schön Hühnchen ein bisschen was Tartoffeln frisch viel sammelt reicht das auch ein bisschen Wasser ist kein Problem das kann ich machen aber ich würde mich jetzt nicht bewegen bevor das Hühnchen fertig ist außer den Blick nach oben naja wie gesagt vielleicht haben wir im nächsten Fall ein bisschen mehr Glück dann machen wir die gleiche Tür äh Tür normal und auf der anderen Seite See bei Club die Strecke die wir jetzt hier laufen sind blut eigentlich glaube ich am besten ne viele Wege ach jetzt sieht alles immer nie so brauschend jetzt zur Zeit so erst mal schön wegschmeißen schön auf den Ofenhof schön auf den Dreck ja Leute wie gesagt wenn es euch gefallen hat Däumchen Träumchen und abonniert den Kanal ihr unterstützt damit und mit Kommentaren unterstützt auch erst mal lesig sehen und zweitens YouTube Algorithmus er ist zum Hassen also halt die Ohren steif ich bin dann erstmal raus bis dann Tschüss